Sowohl die Marktteilnehmer als auch die Analysten rätseln momentan, wo die Reise der Europäischen Zentralbank bezüglich des Zinssatzes hingehen wird. Ich habe euch hier eine Grafik von Bloomberg mitgebracht, die eine Zusammenfassung von den Aussagen und Erwartungen von Ökonomen wiedergibt, wie sich der Zinssatz der Europäischen Zentralbank jetzt in der Zukunft entwickeln wird. Wir beginnen hier im Januar 2022 bei dem historisch niedrigen Zinssatz, der dann im Jahr ab Ende 2022 über 2023 extrem stark relativ gesehen angestiegen ist. Hier auf dieses doch für die letzten Jahre und Jahrzehnte, wir schauen da gleich auch nochmal genau hin, sehr hohe Niveau von 4% und wir befinden uns jetzt hier Ende Januar 2024 immer noch auf dem Niveau von 4% und jetzt wird es doch entscheidend, was passiert in der Zukunft. Und da gehen die Ökonomen davon aus, dass wir hier erstmal bis April wahrscheinlich Mitte 2024 einen gleichbleibenden Zinssatz und dann aber sinkenden Zins sehen werden. Und wenn das hier wieder runtergehen sollte, na dann hat das natürlich auch sehr große Auswirkungen auf die Kapitalflüsse. Wir denken dann nur an neue Darlehensaufnahmen. Ja und die Problematik, die wir haben, ist, dass die Märkte zwar von der einen Richtung ausgehen, Analysten, aber von der anderen Richtung. Und ja, wie wir da hingekommen sind, das schauen wir uns jetzt mal genau an. Der Zinssatz der Europäischen Zentralbank hat schon immer geschwankt, das ist historisch einfach gegebener Fakt. Was aber neu ist, ist, dass wir hier eine normale Schwankung hatten zwischen gut 3% und 4,75%. Auch hier ein langsam sinkendes Niveau. Aber dann das neue, dieser krasse Absturz unter 1% im Juli 2012 runter auf 0%. Das war diese Zeit, wo es keinerlei Zinsen für Sparguthaben gab, aber auch Immobiliendarlehen so gut wie kostenlos waren. Jeder, der sich im Geschäft ein bisschen ausgekannt hat, hat das Geld hinterhergeschmissen bekommen und muss dafür kaum Zinsen bezahlen. Und wer klug war, hat sich diese Zinsen natürlich für längere Zeit gesichert. Diese längere Zeit, nun, die ist im Normalfall bei ca. 10 Jahren, wenn man ein normales Darlehen für Immobilienkäufe aufnimmt. Bestenfalls hat man es sich länger gesichert. Und diese 10 Jahre sind dann in 2026, also in knapp zwei Jahren, auch rum. Warum ist das interessant? Nun schauen wir uns die Zeit nach hier 2016 an. Dann sehen wir einen krassen Anstieg des Zinssatzes. Wir haben gerade schon in der Bloomberg-Studie und Zusammenfassung gesehen, wie da die letzten Jahre ausgesehen hatten. Und da knüpfen wir auch gerade dran an, hier bei diesen 4,5% im Ende 2023. Und jetzt ist natürlich interessant, sind wir wieder hier an so einem Wendepunkt, hier von 4,75 bzw. 4,25% und geht es dann auch hier wieder so runter im Jahr 2024? Oder bleiben wir stabil auf einem erhöhten Niveau? Oder steigen die Zinsen tatsächlich noch mal weiter? All das müssen wir ja für unsere zukünftige Planung mit betrachten und auch mit einbeziehen, um strategisch sinnvoll zu agieren. Es macht keinen Sinn, sich hier diesen 4,5% Zins zu sichern, wenn wir doch auch theoretisch ein Niveau von ca. 1% haben werden. Ob das so ist? Nun gucken wir uns das jetzt doch mal genauer an. Was uns als Immobilieninvestoren ja wirklich interessiert, ist, wie hoch unser Effektivzinssatz ist, den wir an die Bank bezahlen müssen. Wir kommen hier von 5% aus 2003, leicht sinkt und dann doch stark abfallend, auf eben diese knapp 1% bei 5 bis 10 Jahren Zinsbindung oder 1,22% Zinsbindung über 10 Jahre. Das kommt ja auch immer individuell auf eure Situation an, wie hoch euer Zinssatz ist. Hier in dieser Zeit 2020, 2021, kenne ich nämlich auch Menschen, die haben dafür Geld bekommen, dass sie ein Darlehen aufgenommen haben. Ich habe jemanden getroffen, der hat minus 2% zahlen müssen für sein Darlehen. Also er hat 2% auch on top bekommen dafür, dass er der Bankengeld abgenommen hat und damit investiert hat und musste eben nicht dafür bezahlen, wie Otto Normalverbraucher. Also da auch wirklich immer auf die individuelle Situation schauen. Was aber allgemein gesprochen gültig ist, ist, dass wir über 2022 und dann 2023 hier in diesem relativ starken Anstieg hatten. Und ja, wie sieht es jetzt hier in den letzten Monaten aus? Wir zoomen da mal rein. Da sehen wir, wir bewegen uns immer noch leicht nach oben und aus dem tatsächlichen Marktumfeld, das ist jetzt hier noch nicht abgebildet, weil es diese neue Statistik noch nicht gibt, kann ich euch berichten, dass die Zinsen wieder gefallen sind und dass wir jetzt bei ungefähr 3% liegen. Je nachdem, wie gut eure Bonität ist, könnt ihr auch schon unter 3% wieder finanzieren. Die Frage ist ja auch, wie geht es in Zukunft weiter? Das eine ist ja, was die Finanzmärkte erwarten, wie sich die Europäische Zentralbank bezüglich des Zinssatzes verhalten wird. Das andere ist, wie dieses Verhalten wirklich umgesetzt wird. Und dazu fragt man am besten diejenige, die einen Überblick darüber haben sollte, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Frau Christine Lagarde. Die wurde in Davos befragt, wie sie es aktuell unter ihren EZB-Mitgliedern sieht bezüglich der Zinssatzänderung. Und sie geht nicht davon aus, dass wir schon im April, so wie es die Analysten sagen, eine Zinswende sehen werden, dafür aber spätestens im Sommer 2024. Denn die Notenbank sieht ihr Ziel der Preisstabilität bei den 2%-Vorgaben erreicht. Die Inflation war ja laut aktuellen Zahlen im Dezember leicht auf 2,9% gestiegen, nachdem sie im November noch auf 2,4% gefallen war. Aktuell muss man aber sagen, dass die Prognosen und das tatsächliche Verhalten auf den Finanzmärkten nicht weiter auseinander liegen könnte. Also das, was heute noch verkündet wird, würde ich keinesfalls als 100% gefestigte Aussage für mein Verhalten von morgen auch wirklich zugrunde legen. Macht euch eure eigene Meinung und schaut, ob es sich lohnt, eine Immobilie zu kaufen. Ich persönlich rechne nämlich so, dass die Zinsen längerfristig auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Gerade auch, wir erinnern uns an den Anfang meines Videos, für die Zeit der Refinanzierung, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, muss man einfach davon ausgehen, dass wir einen wesentlich höheren Zinssatz haben. Einerseits haben wir dann schon von unserem Darlehen etwas getilgt, aber andererseits haben wir eben noch eine Restsumme, die wir refinanzieren müssen. Und da würde ich immer einen Sicherheitsaufschlag vornehmen. Apropos Sicherheitsaufschlag, vielleicht habt ihr die Meldung schon mitbekommen, dass aktuell eine Gesetzesinitiative unterwegs ist, die es vielen, vielen, vielen Menschen in Deutschland extrem erschweren wird, ein Darlehen aufzunehmen. Denn es wird damit argumentiert, dass Immobilien doch zu unsicher seien für den Otto-Normalbürger und deswegen erst gar keine Finanzierung zustande kommen darf. Wollt ihr dazu noch ein eigenes Video haben, schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses Thema interessiert. Ich bin gespannt, wie eure Aussichten sind bezüglich der Zinsprognose in den nächsten Monaten und Jahren.